Moin moin und willkommen zur 28. Ausgabe von Top Seas 180. Ich erzähle euch wieder in ca. 180 Sekunden, was so die letzten Tage passiert ist und am Ende gibt es wieder einen kurzen Tipp der Woche von mir. Okay, los geht's nach dem Intro. Nintendo hat eine neue Switch vorgestellt. Dabei handelt es sich allerdings nicht, wie von den meisten erwartet, um eine neue Switch Pro. Sondern um eine Switch mit einem neuen OLED-Display, einem etwas verbesserten Ständer und einem LAN-Anschluss. Ansonsten gibt es bei dieser Switch nicht viel Neues. Das heißt, wer da nicht permanent mobil mit unterwegs ist und die Switch eh an einem Fernseher oder Monitor angeschlossen hat, der wird da eher enttäuscht sein. Die Switch Pro wird allerdings dann vermutlich nächstes Jahr kommen. Die neue OLED-Switch soll am 8. Oktober erscheinen. NVIDIAs neue Grafikkarten 2022. Super! Ja, so könnte man das eigentlich beschreiben. Denn Gerüchten zufolge sollen die Karten dann diesen super Zusatz wiederbekommen. Dies ist erstmal nur für Laptop-Grafikkarten bestätigt, aber kann wie in der Vergangenheit ja auch bei der 2000er-Generation dann später auch für die Desktop-Grafikkarten so kommen. Möglich ist allerdings auch, dass NVIDIA dieses überspringt und gleich auf die 4000er-Generation übergeht, da es ja überall auch immer noch wieder Lieferprobleme gibt. Die 4000er-Generation soll übrigens ersten Gerüchten zufolge doppelt so schnell sein wie die 3000er-Generation. Grafikkartenpreise Langsam kann man wirklich eine Entspannung am Grafikkartenmarkt feststellen. In den letzten zwei Wochen sind die Preise nochmals um 30% gefallen. Somit liegen wir etwa 50% über dem UVP. Da muss man allerdings schon genau gucken, denn viele Händler haben sich da noch ein bisschen Sicherheit eingeplant. Außerdem gibt es auch schon wieder erste Gerüchte, dass der Zulieferer von NVIDIAs 3000er-Grafikkarten, also Samsung, Lieferprobleme hat und da die Karten schon wieder ein bisschen anziehen vom Preis. Zumindest aber haben wir erstmal wieder das Preisniveau vom Jahresanfang erreicht und ich denke, mit ein paar Ups und Downs geht es dann langsam weiter Richtung UVP. Also abwarten, wer kann. Windows Update. Da immer wieder neue Viren die Computerwelt unsicher machen, wie zuletzt Print Nightmare, möchte ich euch nochmal daran erinnern, regelmäßig ein Windows Update zu machen, also die Update-Funktion von Windows einfach zu nutzen. Das ist zwar manchmal ein bisschen lästig, sollte aber selbstverständlich sein und zumindest einmal die Woche, sage ich jetzt mal, mal eben die Update-Funktion anstoßen. Apropos Viren. Da nach einer israelischen Studie schon sechs Monate nach der zweiten Corona-Impfung die Wirkung nachlässt, hat das Pharma-Gemeinschaftsprojekt eine dritte Impfung empfohlen. BioNTech-Pfizer entwickelt bereits einen neuen Wirkstoff, der dann auch die Delta-Variante besser mit einschließt. Es wird also vermutlich sechs bis zwölf Monate nach der zweiten Impfung noch eine dritte Impfung erfolgen und eventuell dann auch später, ein Jahr später nochmal eine. Wer weiß das schon, wenn wieder neue Varianten herauskommen und man dann gut geschützt ist, warum nicht, meine Meinung. Übrigens, vor schweren Verläufen ist man auch durch die zwei Impfungen geschützt, selbst wenn einen die Delta-Variante dann infiziert. So, da sind wir schon beim Tipp der Woche und zwar Valerian von 2017. Sci-Fi-Action-Abenteuer, bei dem zwei junge Agenten, Valerian und seine Partnerin Loreline, in der gigantischen Weltraum-Metropole Alpha für Recht und Ordnung sorgen und drohendes Unheil abwenden sollen. Ich finde, man merkt schnell, dass Luc Besson hinter dem Meisterwerk steckt und fühlt sich schnell an das fünfte Element oder andere Filme von ihm erinnert. Zudem finde ich, der Film hat noch einen Touch von Men in Black und Avantar. Zu sehen ab 12 Jahre auf Amazon Prime Video und er hat eine Länge von 2 Stunden 16. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und abonnieren nicht vergessen, das ist mein Lohn und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Okay, ciao, bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.